Drei Spiele sind Thema. F1 2016 kommt noch nicht zurück, steht aber schon wieder in den Startlöchern. Eine Beta und ein Finale, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zum Wot zum Sonntag mit dem Sendeplan der 10. Kalenderwoche. Die ersten Worte gehören F1 2016, kommt nächste Woche noch nicht, aber in der vergangenen Woche habe ich wieder aufnehmen können, wieder spielen können und deswegen wird's dann im nächsten Wot zum Sonntag auch wieder F1 2016 geben, also voraussichtlich, wenn nichts dazwischen kommt. Auf jeden Fall habe ich die beiden Rennwochenenden in Ungarn und in Deutschland schon aufgenommen. Ja, das nächste ist die Beta von Ghost Recon Wildlands. Hat schon Spaß gemacht in der geschlossenen Beta und auch wieder in der offenen Beta, die ist schon wieder gut vorbei, aber jetzt kommen die letzten Folgen, die ich dazu noch habe, raus und dann gibt's auch noch das Finale von Flatout. Hat auch etwas gewartet, oder besser gesagt, ich habe gewartet, bis die Folgen durch sind und da gibt's jetzt auch noch den Rest. Ja, letzte Woche sah es ziemlich dünn aus im Sendeplan, diese Woche wieder ganz anders und nächste Woche gibt's dann auch wieder eine Veränderung. Gut, bei F1 2016 muss ich sagen, das Spiel hat mich auch schon wieder geärgert. Ja, aber mehr dazu, mehr will ich dazu noch gar nicht sagen, das werdet ihr einfach sehen und dann werdet ihr es auch im nächsten Sendeplan sehen können. Gut, aus, fertig, ich bin fertig, ich will wieder spielen und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende oder eine neue schöne Woche und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschau, tschüss.